Liebe Studierende, willkommen zur achten Videoübung des Semesters zum Thema Dampfmaschine. Einer Dampfmaschine wird überhitzter Wasserdampf mit einer Temperatur von 260 Grad Celsius zugeführt. Aus ihrem Arbeitszylinder gibt sie kondensierten Dampf, also Wasser, mit 50 Grad Celsius ab. Der Wirkungsgrad wurde zu 0,3 gemessen. Erstens Frage A. Nochmals skizzieren wir das Schema einer Wärmekraftmaschine, wie folgt. Wir kennen dieser Wärmekraftmaschine oder Dampfmaschine die Temperaturen der beiden Wärmereservoiren sowie den realen Wirkungsgrad. T2, die Temperatur des höheren Wärmereservoirs, ist 260 Grad Celsius. T1 ist 50 Grad Celsius. Und wie bereits gesagt wurde, der Wirkungsgrad ist 0,3. Mit den angegebenen Temperaturen der Wärmereservoiren können wir den idealen Wirkungsgrad nach Carnot bestimmen. Genau gleich wie in der Videoübung 6 vorausgesetzt und bereits eingeführt wurde. Tatsächlich, der ideale Wirkungsgrad ist gleich nach Carnot 1 minus T1 geteilt durch T2. Und mit den Temperaturen der Wärmereservoiren, dies führt zum Wert von 0,4. Die Temperaturen müssen bei dieser Formel in Kelvin definiert werden. Daraus folgt, dass der Wirkungsgrad der realen Maschine, nämlich 0,3, dem 75% des theoretischen Maximums entspricht. Interessanter ist die zweite Frage. Angenommen, die Maschine liefert 200 Kilowatt an nutzbarer mechanischer Leistung. Die Frage ist, wie viel Wärme gibt sie dann in einer Stunde an die Umgebung ab? Wie wir bereits in der Videoübung 6 angedeutet haben, ist der Wirkungsgrad allgemein definiert durch folgende Formel. Wirkungsgrad Eta ist gleich Minus dem Verhältnis zwischen verrichtete Arbeit und zu geführte Wärmemenge, was explizit auch gleich ist, 1 minus Verhältnis zwischen Betrag der abgegebene Wärme und zu geführte Wärme. Wobei ΔQab für ΔQ1 als abgegebene Wärme und ΔQ2 für ΔQ2 als zugeführte Wärme in dieser Schema stehen. Mit dem Minusvorzeichen nimmt man die Vorzeichenkonvention der Vorlesung für die Übertragungsformen der Energien wahr. Zugeführte Energien sind positive und abgeführte, abgegebene Energien sowie verrichtete Arbeit sind negativen Größen. Somit ist die von der Maschine an die Umgebung abgegebene Wärmemenge definiert als, wenn wir diese Gleichung nach ΔQ ablösen, nämlich Betrag ΔQ abgegeben ist gleich ΔQ zugeführt mal 1 minus Wirkungsgrad Eta. Für die von der Dampfmaschine aufgenommene Wärmemenge gilt aus dieser Formel, ΔQ zu als zugeführte Wärmemenge ist gleich dem Verhältnis zwischen verrichtete Arbeit und Wirkungsgrad Eta. Die verrichtete Arbeit ist dann auch gleich Leistung der Maschine mal Zeitintervall ΔT. Schließlich mit ΔT als Zeitintervall gleich 1 Stunde und die Leistung P der Maschine gleich 200 kW und mit dem realen Wirkungsgrad Eta und mit dem realen Wirkungsgrad von 0,3 folgt die gesuchte abgegebene Wärme, nämlich ΔQ ab ist dann gleich Leistung mal Zeitintervall geteilt durch Wirkungsgrad, alles mal 1 minus Wirkungsgrad, was zum Wert von 1,68 Giga Joule führt. Das Hauptthema dieser Aufgabe war somit um eine typische Wärmekraftmaschine und deren Wirkungsgrad fokussiert. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen.